Willkommen in einem neuen Video bei Adelia Tokare Vlogs. Das ist meine Freundin Rosi. Ja, sie sagt schon Hi Leute. Und ja, ähm... Wir dürfen... Also wir... Ja, sie sagt schon, lass uns ein Haus bauen. Und ja, wir dürfen keinen Grünen berühren, vor allem. Also, ja. Also, weiter fern von dir. Warte, ich runde mal ein Auto raus. Das ist Turquise. So, wir können grün. Ich hasse nicht die grüne Farbe. Nur für dieses Video mag ich die grüne Farbe. Sonst dauert lieber da oben. Lieber kein grünes Haus, weil... Das wird giftig, so. Ja, dann gehen wir mal rein. Ähm, ja. Nichts ist grün, alles für Lila. Also. Was wird dein Zimmer denn? Ich hoffe, kein grünes Zimmer, weil sonst komme ich nicht in dein Zimmer. Nee, nee. Kommt miroris. Das ist verrückt. Das war's. So, jetzt gehen wir ins Kino. Ja. Gut. Entschuldige, wenn ich so eine Stimme habe. Ich bin erst aufgewacht. Ja. Zum Glück ist hier nichts rot. Erdgrün, meine ich. Erdblau. Alles okay. Sie heißt Frau dem Rosi. Das ist meine Freundin. Vielleicht sieht sie nicht gut. Ja. Wir holen uns jetzt ein Sofa und ja. Komm. So. Ja. Ja, mit allem verfolgt uns jemand, das ist einfach, ja, egal, und ihr könnt auch Elena abonnieren und liken und, ja, doch immer Popcorn, wenn wir haben, warum machen wir nicht, ja? Zum Glück, zum Glück kein grüner. Elena könnt ihr auch abonnieren, aber sie verfolgt uns wieder, sie hat nicht mal gefragt, ob sie im Video mitmachen kann, also. Hilfe! Hey, Rosi, ich verwechsel sie irgendwie immer. So. So. Wie ihr gesehen habt, wie ihr, ja, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben, wir haben. Also, tschüss, also, ciao, Kakao, vergiss nicht zu abonnieren, zu liken und zu teilen, weil das wird, das ist ein schönes Video zum Teil, ja. Ja, ciao, Kakao. Kakao. Ja, ich hab nichts geschrieben, also. Ciao. Ciao. Ciao.